Im heutigen Video müssen wir einfach aus dem Kindergarten ausbrechen, und zwar von der bösen Erzieherin Betty. Zusammen mit Lumix, wer wird es so erschaffen? Dein Gewinner kriegt 100.000 Robux. Ey Leute, das ist doch Samy, warum weint die hier? Samy! Lumix! Ey Bro, warum weinst du? Weil meine Mama mich nicht abholt, ich bin hier im Kindergarten und ich muss von der Abhauen. Hat die uns vergessen abzuholen oder was? Sind deine Eltern auch nicht da? Ey, die haben mich doch hier abgegeben, weil die ohne mich in Urlaub fahren wollten. Aber jetzt ist eigentlich Abholzeit. Ist das nicht unsere böse Kindergärtnerin? Bro, warum hat die die Tür abgeschlossen? Lass uns raus, Mann! Ich verstehe es nicht, deswegen will ich ja auch hier weg, Junge. Ey, warte mal, Bro, die telefoniert, hör mal. Hörst du das, Bro? Wer ist denn da dran? Wer ist da dran? Warte mal, was sagt die? Huh? Wer ist das? Warte mal, ich weiß nicht, aber ich glaube, die meint ja irgendwas mit, die will uns aufessen. Keine. Nein, 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 nein. Ey, Simon, du bist da auf dem Weg, Mann! Nein, 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 nein. Die kann uns doch nicht aufessen. Ja, Bro, such dir einen Weg hier raus. Guck mal, da ist ein roter Knopf oder sowas. Ich müsste mich da draufdrücken, Mann. Ich drücke den roten Knopf, um das Tor zu öffnen. Ja, aber warte, bevor du da draufdrückst, Bro. Ey, wenn wir schon einmal hier sind, dann würde ich so machen. Wer heute schnell aus dem Kindergarten ausbricht, bekommt, ey, 100.000 Robux. Okay, ich bin dabei, Junge. Ich bin dabei. Ja, dann drück, dann drück drauf drauf, ja? Klick du drauf. Seville, komm, drück auf den Knopf. Ich warte. Ja, ich hab mir anders überlegt. Drück du drauf. Okay, ich drück drauf. Es ist aufwendig, ich gehe durch. Let's go, let's go. Hä? Leute, die Telefon... Ah, ich muss hier so... Hä? Wie komme ich hier durch? Leute, die telefoniert mit irgendjemandem. Hallo? Alter, wie eklig die aussieht. Guck mal. Oh, 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 okay, okay. Äh. Ah, wir müssen hier lang. Leute, wir gehen schon vor Lumex. Wir wollen auf jeden Fall hier gewinnen. Ist ja ganz klar. Lumex weiß gar nicht mehr, wo... Oh, Leute, ich ver... Oh, komm, geh auf. Boom. Okay, Leute. Äh. Wir verstecken uns mal hier. Vielleicht zieht uns Lumex nicht. Bro, Seville, du weißt schon, dass ich hören kann, oder? Äh, 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 nein. Du warst doch gerade gemutet. Ey, Bro, wie hast du dich eigentlich an dieser komischen Tante, an der Erzieherin, vorbeigeschlichen, Bro? Äh, da musst du aufpassen. Du kannst nicht so einfach an der vorbei. Äh, ja, also eigentlich schon. Ich habe mich dran vorbeigeschlichen. Aber wo bist du denn, Seville? Ich bin weitergekommen. Aber wo bist du denn? Ah, du bist weiter. Ja. Ah. Oh mein Gott, war das... Wo bist du denn? Krass. Hallo. Ah, jo, moin, Seville, du bist ja auch hier. Moin, Lumex. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Ja, brech ruhig aus, Seville, ja? Mach ich auch, Juge. Hä? Bro, Seville. Komm mal. Was hast du... Äh, 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 was hast du da gerade... Ey, Bro, ich hatte gerade irgendwas auf dem Rücken. Ich habe keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Mensch, also... Was hattest du denn auf dem Rücken? Keine Ahnung, aber warum bist du eigentlich gestorben, Bro? Ich bin gestorben, weil mich jemand abgeschossen hat. Ja, deswegen nichts wie raus hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hä? Hä? Was denn? Was denn? Hä, was ist denn? Du hast ja auch ein Jetpack gekauft. Ich habe das geschenkt bekommen von der Frau da hinten. Oh, Kleiner und Dreißiger. Wir brechen aus dem Kindergarten aus. Und du kaufst dir einfach hier Sachen. Ist das dein Ernst? Junge, du sagst zu mir, Anunddreißiger, du hast selber hier so ein Jetpack gekauft. Bro, ich sage dir jetzt einst, die 100.000 Robux gehören mir. Du bleibst schon hier. Ja, werden wir gleich mal... Ich friere dich ein! Was ist das denn jetzt? Ey, Dicker. Reicht doch. Drück mal du auf den roten Knopf. Du bist einfach erfroren, Junge. Ja, ich bin aber wieder da, du dumm Kopf. So, wir gehen mal hier lang. Okay, wir können das Energy-Train. Kluck, 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 kluck. Oh, jetzt will ich richtig schnell machen. Guck mal. Er nimmt den Schubsaft. So, zack. Oh, nee, ich kann richtig hoch springen damit. Tschüss. Nein, nein, ich bin losgefallen. Jetzt noch Speed-Chul? Wow, Bro, guck mal, wie hoch ich jetzt springen kann und wie schnell ich laufen kann. Okay, das ist ja krass. Ey, wie machst du das? Ja, Bro, ich schaue jetzt einfach ab. Hau es rein, ja. Tschüss. Ich komme auch. Ey, warte auf mich. Warte auf mich. Bro, komm schnell. Jetzt hier drin ist hier unten, Bro. Guck mal, die Kindergärterin ist da. Ich sage dir ehrlich, wenn ich jetzt erwischt werde, dann bin ich weg. Ich werde aufgegessen. Ey, Bro, bleib du lieber hier, weißt du was? Damit du nicht abhaust, Bro. Ich glaube, ich muss hier den Elektroschock verpassen. Digga, jetzt hör doch auf, ich kann sein Elektroschock. Yo, ich mache jetzt eine... Äh, Bro? Ja? Du solltest lieber rennen und zwar ganz schnell. Hä? Let's go. Bro, die Kindergärterin sind so aufwessen. Ey, jetzt fliegt einfach. Ich fliege. Hör auf zur Fliege, schieß dich ab. Ich fliege. Nein, nein, nein. Du triffst mich gerade nicht. Du triffst mich nicht mal. Oh, wie schnell ist es hier auf einmal? Tschüss, Digga. Ich glaube, die hat Speed-Schuhe. Aber wo geht's raus? Ich weiß nicht. Wo ist der ausgang? Ah, da, da, da. Ey, Digga, was ist hier so schnell? Bam, bam, bam. Ja, ich hab dich. Ja, ha, ha, ha. Hör auf den roten Knopf drücken wegen dir. Und hör auf, mich abzuschießen die ganze Zeit. Hä? Ich mach doch gar nichts mehr, Bro. Entspann dich doch, hä? So, ich bin jetzt auch gleich da. Alter, wie schnell ist die? Leute, 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 ich bin... Oh mein Gott. Junge, wie schnell ist die? Oh, ich hab's. Ich bin raus. Ey, Digga. Ich hab's. Äh, was denn? Hast du es auch geschafft? Ah, ja, ich hab Schluck auf. Äh, Entschuldigung. Ähm, äh, zack. Äh, was muss man denn jetzt hier machen? So. Äh, Junge, ich kann so auch sprengen. Ich meine Energy, Junge. Nein. Ey, komm, schon rein jetzt. Ich weiß, was wir hier machen müssen. Ja. Selber, 100.000 Robux heute, ja? Ja. Leute, so sieht's aus, nämlich. Ich hab... Schluck auf. Ey, Junge. Willst du nochmal kommen, Selber? Ich fahr hier oben auf dich, Selber, okay? Ich komm. Ich bin jetzt da. Junge, komm jetzt. Boah, mich schießt dich sonst ab, Mann. Ey, hör auf. Warte, 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 warte. Lass mich hier mein Telefon hier aufnehmen. Mein, mein Telefon... Oh, 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 oh. So. Ich komm jetzt. Ey, wie schnell bist du da hochgekommen, Junge? Wie schnell bist du da hochgekommen? Junge, lass mich doch Schluck aufhaben, Junge. Oh. Oh. Ey, nein. Junge, ich kann das alles sehen. So, äh, Leute. Mein Schluck auf ist irgendwie ganz komisch. Äh, aber ich komm jetzt hier auch hoch gleich. Ja, komm mal hoch, bitte. So, zack. Jetzt hier doch hoch. Aber bloß, hier oben ist ziemlich kalt, will ich nur sagen. Ja? Ja, ich bin da in der Lüftungsschale, du musst ein bisschen aufpassen. Okay. Okay. Warte. Warte. Junge, geh mal weg jetzt. Ich bin da nicht. Du hast doch ein Chatbag, Bro. Fliegt einfach hoch. Nein, mach ich nicht. Ich hack ja nicht. Ich bin da nicht. Ey, Bro, hör doch auf. Eingefroren. Ja, toll, toll. Äh, jetzt bin ich wieder hier, Leute. Jetzt bin ich wieder hier. Ey. Hier jetzt. Wo? Was ist das? Was denn? Ähm, Bro, Seve, es können euch ein bisschen anfangen zu stinken, ja? Hör auf. Bitte, nein. Bro, du machst einfach eine Furz-Nuke. Äh, Bro, was passiert jetzt? Ich bin gestorben. Ah! 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 So, äh, so, hier lang, zack. Mit seinem komischen Jetpack da. Ey, Bruder, ich hab immer noch diesen Sprungboost für diesen Energy, der ist übel OP. Lass doch selber einen Jetpack. Und du kannst nicht mal durch Laser laufen, du Idiot. Ja, und? So, zack, Leute, jetzt mal kurz. Bro, was ist das eigentlich für ein Kindergarten? Wir sind in irgendeinem Abstellraum oder so. Guck mal. Es sieht hier nämlich aus, wie, wie, äh... Die bleibt hier zu Hause, genau. Ey, nein, bei mir sieht's gar nicht so aus, Junge. Es sieht aus, wie ein Lager voller Takis. So sieht's hier aus. Äh... Was? Ein Taki-Lager ist hier drin, glaub ich. Hier ist Taki-Candy-Shop. So sieht's aus. Wir müssen hier hochkommen. Guck mal, hier ist ein Telefon. Einzacken. Ah, da hoch. What? Hier hoch? Hier ist irgendein Knopf. Hä? Wir müssen da hochgekommen, warte mal. Ja, einfach drüber springen. Ich hab Chambos, Bro. Draufdrücken. Und ich glaub, ich hab jetzt irgendwas deaktiviert, Bro. So, Leute, zack. Oder auch nicht. Ich bin in den Strom reingelaufen, natürlich. Lumex ist hinter uns. Und wir sind jetzt vor Lumex. Junge, stehenbleiben. Schieß mich ab, Mann. Zack. Zack. Du kannst mich gar nicht treffen. Da ist der Zaun. Junge, wie willst du mich da treffen? Hier ist der Zaun. Oh, ich hab was gedrückt. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Junge, wo muss ich lang? Hast du den Knopf gedrückt? Ah! Hä? Warte mal hier. Hier lang? Ah! Oh, nein! Ja! Was ist das denn? Da ist die Erzieherin. Die hat aber ein anderes Outfit an. Ja, das ist die Putzfrau. Zum Kindergarten. Ach so. Aber warum sieht die auch so böse aus? Ja. Junge. Ja, wohl. Leute, wir sind vor Lumex. Jetzt durch. Oh, mein Gott. Da hast du mich angeschissen. Bro, wir müssen fighten. Wie? Oh, mein Gott. Wir müssen gegen die kämpfen. Oh, Bro. Bro, Bro, schieß. Nein. Nein. Wir haben uns eine Taka-Kanone. Wir schießen zu Hammer, Bro. Ja, ich mach gerade. Ey, die heißt Ben Janitor. Okay. Bro, die kann springen. Ich merk gerade. Ich glaub, die hat Red Bull getrunken oder so. Nee! Ey, wann stirbt? Nein. Oh, Savi, schieß dich doch ab, Mann. Sie hat mich gefangen. Sie hat mich gefangen. Ja, sie hat mich gerade gefangen, Leute. Ey, Junge. Ey. Bro, die ist immer OP, Mann. Ey. Leute, also ich sag euch. Ich glaub, das ist der stärkste Boss, die wir jemals hatten tatsächlich. Die hat dich gefasst, Hopps genommen, Alter. Junge. Warum ist der so schnell und so hoch? Ich glaub, ich soll halt springen, Mann. Ich hab sie. Let's go. Nein. Lumex hat sie vor mir, Leute. Oh, ich geh raus. Ich geh raus. Savi, haust rein. 100.000 Robux. Ciao. Aus die Maus. Ende im Gelände. Schnell. Wo bin ich denn? Schnell, 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 schnell. Oh nein, hier ist so, hier ist so. Leute, wisst ihr doch, damals Vorschule im Kindergarten, hier wird Vorschule gemacht. Das ist da, wo Savi nicht hinkommt, weil er zu dumm ist. Junge, was laberst du? Ich bin auch gleich da. Pass mal. Ich hab sie. Oh. Oh mein Gott. Der Buchstabe geht nicht ran. A, B, C. Warum geht das nicht? So, hier durch jetzt. Ah. Was müssen wir denn hier machen? A, B, C, D, E. Achso. Du bist so dumm, Savi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Lege die richtigen Buchstaben auf eine Pünnwand. Ich kann das Alphabet nicht mehr. Digga, warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. A, B, C. So. Ey, geh mal runter da. Ich kann das Alphabet nicht mehr. Warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ja, genau das wollte ich auch sagen. So, einmal A. Einmal A, B, C und N im Gelände raus. Yeah. Junge, jetzt warte doch mal auf mich. Bro, meine ganze Kindheit einfach auf einem einzigen Teppich gerade. Ich schwöre. Ey, das ist richtig nice. Wie damals, wo ich Kind war. Das war so cool, immer mit den Autos hier so lang zu fahren. Also ich glaube, das ist der meistverkaufteste Teppich und der beliebeste Teppich auf der Welt. Ich glaube auch. Ich glaube ehrlich. So. Savi. Hä? Was denn? Bro. Wo müssen wir denn hier jetzt lang? Was denn? Bro, dein Haus ist einfach hier drauf. Wo? Wo ist denn mein Haus? Ey, lass doch weit. Ist ein schönes Haus bei uns. Guck mal. Ja, ja, nee. Guck mal. Siehst du die Mülltonne vor dem Haus da? Hier? Oder dieser Briefkasten, was das ist? Junge, ich gehe weiter. Leute, ich höre dem gar nicht mehr zu. Er fliegt mit Shedback einfach hoch, Junge. Ich höre dem gar nicht mehr zu. Ich ziehe das Telefon. Ich schenke, wo wir lang müssen, ey. Natürlich. Junge. Weg. Mach auf. Ey, ich sehe nichts. Und weiter geht's. Savi, wusstest du, dass ich einen Ektroshock habe? Ich fliege dich ein, Mann. Junge. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, Bro, checkst du eigentlich, dass die Kindergäten in der Pfundersche wieder stehen und uns aufessen will, Mann? Ja, aber die telefoniert wieder. Oh, warte, warte, Bro. Ich gehe jetzt Elektroshock, Bro. Ich gehe Elektroshock. Elektroshock. Da passiert doch... Es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss abbauen. Savi. Ich muss abbauen. Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Ja, Junge, ich hab sie. Du kannst das schnell weitermachen. Ich gehe weiter. Tschüss, Lubex. Ey, stehen bleiben. Nö. Stehen bleiben, Servi. Ich hole dich ein. Ich hab Flasch-Schuhe. Ich spring zu hoch wegen diesem Energy. Oh mein Gott, Leute. Lubex. Ah, nein. Ich dachte, du weißt nicht, wo wir sind. Schade. Junge, bleib hier jetzt. Nein. Lass mich durch. Die Wollt. Oh, du. Ey, ich hol mir jetzt auch gleich die Schuhe, Junge, wenn es so weitergeht. Ich hol mir jetzt auch gleich die Schuhe, Leute. Wo bin ich hier, Alter? Was ist das? Oha, was ist das denn für ein Schacht? Auf mit dir jetzt. Ich hab mir voll dagegen getreten. So, boom. Was ist das denn? Es sieht ein bisschen aus wie bei Barry irgendwie, ne? Übelst. Ja, und du hast erst einen Abgang gemacht. Ich bin erst mal gestorben. So, warte mal. Aus rein. Tschüss. So, Lumix, stark. Ich finde es gut, wie du das machst. Nein, 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 warte mal. Junge, denkst du etwa, du bist der Einzige mit einem Chatpack, hä? Leute, ich finde es richtig gut, was Lumix da gerade macht. Guck mal, wie du einfach hier drüber fliegst. Dann schämst du dich nicht. Hä, warum denn? Guck mal. Schämst du dich nicht? Warum, was mach ich denn? Hey, du machst doch genau das Gleiche. Ich schieße dich jetzt so ab, ne? Du triffst mich nicht. Komm her. Du triffst mich eh nicht. Hier, nimm das, Junge. Komm doch. Bam, 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 bam. Junge, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Junge, ich bin wieder am Anfang gespawnt, Bro. Was soll das denn? Ey, Sabit, merkst du? Ich glaube, es stinkt noch schon wieder ein bisschen. Merkst du es auch? Ey, bitte hör auf. Du hast Durchfall bekommen. Warte, man muss doch alles von vorne machen. Leute, er hat Durchfall. Nein, nein. Ich bin doch schon durch. Macht gar keinen Sinn, wenn du es jetzt machst. Äh, Lumix, was hast du vor? Lumix, was hast du? Leute, was hat Lum... Oh mein Gott, schnell durch. Leute. Oh, schnell. Schnell, komm, vielleicht schaffen wir es. Geh hoch. Geh doch hoch. Nein. Tschüss. Geh durch. Ey, nein. Nein. Ey, Bro, ich bin wieder von Anfang an. Digga, stinkst immer noch, Alter. Holy shit. Ja, hör mal auf jetzt. Ohne Witz. Hör mal auf, rumzupupsen. Bitte. Du furzt hier den ganzen Laden voll. Okay, ich bin durch. Und jetzt hier rein einmal. Zack, wir sind durch, Leute. Gut, jetzt einmal. Zack, selber auszureihen. Aber Lumix, wo bist du denn? Ja, ich mache hier gerade die Metallplatten. Okay, ich komme jetzt auch mal. So, benutze Metallplatten. Wo sind denn die Metallplatten? Aber ich bin immer noch Chambos. Ich kann, glaube ich, einfach hier. Ja, ich kann einfach drüber springen, weil ich diesen Energy getrunken habe. So, hier eine Metallplatte. Schade, dass du das nicht richtig machst. Schade, dass du einfach Level überspringst. Logan, was willst du hier von mir? Schade, Lumix. Richtig schade von dir. So, ich mache das richtig, Freunde. Guck mal hier. Zack. So, zack. Guck mal, Leute. Und jetzt einmal schön. Tschüss, Lumix. Bye. Du bist echt so lustig. Digga, nein. Wow. Ich habe den Laser berührt. Ich bin so dumm. Jawohl, Leute. Ey, wir sind richtig gut dabei. Nein, nein, nein. Servus, Bro. Ey, hallo, 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 hallo. Äh, Leute, irgendwas funktioniert hier gerade nicht, Leute. Ah, nein. Bro, oh mein Gott, was passiert mit mir? Nein. Okay, wir müssen so... Hä? Hä? Oh mein Gott. Ja, aber... Das geht nicht. Warte mal, hä? Oh, ich habe es. Ich habe es. Ich weiß, wie es geht. Nein. Ich habe es auch. Nein. Ich bin voll sehr gefallen. Digga, es ist mir schwer, Digga. Ey, ich hoffe, dass uns die Kindergärtnerin nicht gleich erwischt, Freunde. Aber ich habe es. Ja. Nein. Ja. Digga, es ist so schwer zu zeigen. Ja. Nein, du hast es... Nein, 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 du hast es nicht. Ja, wir sind von Lumix. Stark, Freunde. Scheiße, nein. Ich bin stuck. Ja. Also einmal jetzt lucky war es, Bro. Let's say go. Also, Leute. Digga, oh mein... Nein, nein. Hallo, 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 hallo. Oh nein, jetzt kommen hier diese Laser. Äh, Bro, ich bin so 82% fertig. Kacke, kacke. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. 82%. Nein, 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 nein. Ey, ey, ey. Hallo, 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 hallo. Ich bin stuck, ich bin stuck. Nein, nein. Jawohl. Leute, wir machen andere Taktik. Komm, 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 komm. Wir machen so. Ja, ja, ja. 85%? Oh mein Gott, Bro. Milch? Wichtig. Äh. Wichtig. Oh mein Gott. Leute, er wird mich niemals einholen. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja. Wichtig? Leute, Lumix wird mich niemals einholen. Das denkst du aber auch nur du. Das ist unmöglich für Lumix, mich noch einzuholen, glaube ich. Komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Komm, komm, komm. Ey, ey, ey. Wie viel Prozent bist du? 85, du? Ah! Du? Komm schon. Oh mein Gott, Bro. Ich bin bei irgendeinem Büro jetzt. Äh, ich bin bei irgendeinem Büro jetzt. Leute, wir sind vor Lumix. Oh mein Gott, Bro. Aber... Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Warte mal kurz. Ja, wer... Wir sind eh weit vorne, Leute. Guck mal, Lumix. Hä? Wie weit hinten bist du denn? Chill, 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 chill. Bro! Ich seh dich! Ich seh dich! Wie schlecht bist du denn? Guck mal, hallo! Ja, er hat wieder... Irgendwelche Geschwindigkeitsboosts und so. Gebt euch mal. Was geht, Bro? Ich bin vor dir. Tschüss! Oh Gott. Du weißt jetzt schon, dass der Boss jetzt gleich kommt, ne? Äh, Seve? Der Boss kommt jetzt. Seve? Der Boss kommt jetzt. Seve! Es geht los! Oh mein Gott, Bro. Es geht los. Bro, wie schnell ist die? Junge, ey. Und warum? Bro! Komm, 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 komm. Komm. Die springt und schießt irgendwas. Ach, Dicker, die kann schießen. Guck mal. Ah, die macht zu Druck, wenn du musst die Druck, wenn ausweichen. Okay, ich verstehe. Jetzt, Freunde. Ich hab Taktik, ich hab Taktik, ich hab Taktik, Bro. Warte mal. Ey, der hat richtig viel. Oh, stimmt, ich kann fliegen. Nein, das war nicht gut. Wer wird den Boss zuerst kriegen? Ich oder Lumex? Komm schon! Ich bin aufs Dach, bitte. Ich bin aufs Dach, ich bin aufs Dach. Nein, es geht nicht. Umsonsten Zeit verschwendet. Komm schon. Er hat noch so viel Leben bei mir, Bro. Komm, 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 komm. Bro, wie viel Leben hatte ich schon weg bei dir? Nicht mal die Hälfte. Du lügst doch. Du lügst. Nein, ich schwöre. Du lügst. Ich schwöre, ich hab jetzt erst die Hälfte. Nein! Ja! Ja! Nein! Du bist so, um die Druck, wenn auszuweichen. Nein! Du bist so kacke. Nein! Nein! Du bist raus, du bist raus, du bist raus. Du bist raus. Wenn du nur noch so 10 Prozent hast, hast du die einfach nicht bekommen. Ich hatte ganz wenig nur noch. Ja! Nein! Wichtig. Wichtig. Das gibt's nicht, Freunde. Okay, jetzt müssen wir nur den Druckwellenstand halten. Wie viel? Ich hab sie gleich. Nein, nein, nein. Oh, wichtige Kombo, wichtige Kombo. Ey, das gibt's nicht, Freunde. Als ob wir jetzt wegen dem sterben. Ich hab sie! Nein! Oh mein Gott, Freunde. Ey, ich bin so blöd. Ich war schon vor Lumex. Was ist das für ein krasser Monster Truck, Bro? Das gibt's nicht. Oh mein Gott! Ja! Wir haben einen krassen Monster Truck! Und hau'n ab! Bro, ich hab sie jetzt auch. Ich hab sie geschafft. Oh mein Gott, Freunde. Wir sind entkommen! Let's go! Ey, wie viel Pech kann man denn haben? Bro, 100.000! Ein 100.000! Oh, Junge, Leute, das war so knapp. Das war so knapp. 100.000! Robux! 100.000! Ja, GG, Leute! Lumex hat gewonnen. Ich war dumm am Ende. Ey, Mann! Das war's auf jeden Fall vom Video, Leute. Checkt den Lumex ab. Er hat ganz knapp gewonnen. Aber ist okay. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020